Ja hallo und herzlich willkommen wieder zu Let's Play Minecraft Pocket Edition. Es geht auch schon endlich wieder weiter mit diesem Let's Play und jo, LP Server 102 würde ich mal wieder so sagen. Geht weiter, ich muss wieder zum WLAN-Verstärker hin, ich hoffe, dass der nicht wieder spackt und so. Und wie weit sind wir denn jetzt hier eigentlich? Wir haben hier die Cobblestone-Kiste, da... Achso, naja, hier ist die Cobblestone-Kiste, hier ist die Steinkiste, hier haben wir ja die Holzkiste. Ach guck mal, Kisten haben wir schon ordentlich viele gebaut. Das heißt, jetzt fehlt uns auf jeden Fall noch... Warte mal kurz, ich komme mal kurz auf die Uhr, gut. Sandstein, Rohholz, bla bla bla, blub blub blub. Gut, dann würde ich mal sagen, wir schaffen auch noch ein paar Kisten und ich mache den Ton noch ein bisschen lauter. Irgendwie höre ich den kaum. Hallo, geh doch mal da durch. Ich hoffe, den nimmt vernünftig auf... Ach, es ist Nacht. Mensch, können wir jetzt pennen? Nein! Ach, jetzt geht... Hä? Komisch. Naja. So, es ist wieder Tag. Es ist wieder Tag. Wir können aber auch erstmal weiterbauen mit den Schildern, würde ich mal sagen. Und zwar, wir müssen jetzt nochmal hier weiterkommen. Und zwar würde ich sagen, wenn in der Kiste Holz ist, haben wir auch schon eine Rohholzkiste? Ne, dann... Doch, haben wir. Da oben ist Rohholz. Dann würde ich mal sagen, wir können ja auch nochmal... Kies, also das ist die Holzkiste. Okay, da, das heißt, jetzt müssen wir nochmal das Schild angucken. Stein, dann... Oh, gut. Holz ist da in der Kiste. Ach. Moment, 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 2, 3, 4, 5. Da, und dann ist, äh, Kies in der anderen. Ach, Mensch, hallo. 1, 2, 3, 4, 5. So, ist natürlich noch nicht fertig. Das muss dann noch rein. Und dann würde ich mal sagen, was haben wir hier noch? Da ist Rohholz drin. Dann könnten wir in der Kiste doch... Was machen wir denn da mal rein? Hm, ich überlege gerade, was könnte man da rein machen? Äh, für ein Holz... Äh, für ein Holz... Für ein Material, was haben wir hier noch? Hier haben wir nicht... Ich gucke nochmal kurz, was wir noch so in den anderen Kisten haben. Weil ich schon nochmal eben... Hier haben wir schon eine ganze Menge Koppelstons eingeräumt. Und hier Sand haben wir noch gar keinen eingeräumt. Das müssen wir auch noch machen. Äh, Sandsteine haben wir auch noch keine drin. Und Steine haben wir zwölf Stück drin. Und ich glaube, den Rest haben wir noch gar nicht gefüllt. Genau. Äh, okay. Aber ich würde sagen, wenn in der Kiste Rohholz drin ist, dann können wir auch noch eine Kiste für... Hm... Ach, ich überlege. Ich gucke mal eben. Wir können auch nochmal ein bisschen... Wie wäre es denn, wenn wir mal ein bisschen Sand schon mal einpacken in die Kisten? Wir müssen das hier halt mal alles ordnen. Das ist ja... Das ist ja so. Oh, das gibt's ja überhaupt nicht. Und so. Und ich überlege gerade mal kurz was. Moment, ich laufe mal im Kostum rum. Äh, dieses Video solltet ihr ja sehen am... Dienstag. Das heißt... 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 Am Dienstag... Sorry, dass ich hier gerade so blöd rumlaufe. Aber wenn ich jetzt stehen bleibe... Wenn ich nachdenke, dann ist wieder alles asynchron. Das heißt... Am Dienstag... Das heißt... Äh... Eins... Ähm... Ja, okay. Ich habe nur gerade was ausgerechnet. Und... Äh... Gut. Dann würde ich mal sagen, holen wir hier schon mal was aus den Kisten raus, was wir nicht mehr brauchen. Und ich würde es geil finden, wenn hier auch das farbige Glast hinzukommt. Und alter, wie viele Cobblestones haben wir hier noch? Die müssen wir alle auch einräumen. Würde ich mal so sagen. Weil das ist auch wichtig. Und... Joa. So, dann kommt mal her. Cobblestones. 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 Und 45... Stones. Ach Mensch, jetzt gehe doch ich da mal rein, Mensch. Mensch. Menschen sind wir alle. Oder seid ihr ein Tier? Tier. Ist das jetzt drin? Ach Mann, ey. Wie ich das hasse. Wenn man so lange hier raufdrücken muss... Ist ja auch ein bisschen nervig. So. Heute leider haben wir wieder ohne Musik. Aber es wäre nett von euch, wenn ihr mir mal so ein bisschen... Gamerfreie, kostenbose Musik in die Kommentare schreibt. Also, wo ich welche herkriegen kann. Die man auch verwenden darf. Dann würde ich dann natürlich auch mal wieder Musik ins Video einfügen. Die von den YouTube-Kreativ-Dingern, die ich in den letzten Folgen immer abgespielt habe. Die gehen zwar, finde ich. Aber auf Dauer kannst du die auch nicht spielen. Aber es war ein bisschen was Neues mit her. Und ja, schreibt es bitte mal in die Kommentare, was ihr denn noch so für Empfehlungen habt. Und wundert euch bitte auch wieder nicht, wenn die Folge nach 15 Minuten einfach vorbei ist. Das geht dann in der nächsten Folge an der Stelle genau weiter. Ich mache immer so ein paar Schnitte. Boah, jetzt ist es wieder so dunkel. Jetzt muss ich hier wieder so machen. Zack. Und das heißt, da ist Rohholz drin. Rohholz. Rohholz. Ach ne. Wir wollen ja erstmal... Ich bin ja auch so einer. Kobli-Stonis kommen in die Kisti rein. Reini vor allem. In diese Kisti kommen die Kobli-Stonis rein. Kann man eigentlich zwei gleichzeitig? Schade, geht nicht. Ich habe gerade versucht mit beiden Fingern, äh mit einem Dome auf den einen Kobli-Ston-Stack zu tapen. Nur mit dem anderen Dome auf den anderen. Aber hat leider nicht funktioniert. Schade. Das wäre nochmal geil gewesen. Finde ich jetzt. Zumindest. So. So, 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 und so, 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 so. Und ich singe heute mal wieder übertrieben viel. Das gibt es doch überhaupt gar nicht. Wie kann denn sowas angehen? Ja, wie kann denn sowas angehen? Ja, wie kann denn sowas angehen? Oder kann das auch ausgehen? Oder was rede ich denn hier? 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 Und ja, da haben sich jetzt ja auch einige besperrt, dass so wenig Minecraft kam und ich ja nur GTA hochlade. das war so, ich hab halt GTA auch mal wieder viel aufgenommen und ich hab natürlich nicht Minecraft vergessen, aber das ist halt auch so ein bisschen mit der Zeit so ein bisschen richtig doof, so ein bisschen richtig doof, denn ich hab immer weniger Zeit und alles, das ist so scheiße, das ist so unglaublich ich will nicht mal scheiße sagen, das ist so unglaublich, ich hab so wenig Zeit im Moment tut mir wirklich sehr leid, wenn dann mal entweder gar keine Videos kommen oder manchmal kommt da nur GTA, manchmal nur Minecraft, je nachdem was ich grad sehr viel aufnehmen konnte, ah nur weil ich jetzt zum Beispiel mehr GTA auch gelernt hab, als Minecraft heißt das doch überhaupt nicht, ach guck mal was ansteintreten die können wir vielleicht nochmal in beim Pool verborgen das heißt doch dann überhaupt nicht dass ich deswegen Minecraft nicht mag, was, also was manche Leute da denken, ich nehm natürlich noch Minecraft weiter auf macht euch da keine Sorgen so dann schau ich mal hier, ob hier ist hier wieder ein Creeper gespawnt das hatten wir doch schon mal letzten gehabt, wisst ihr das noch ich geh mal kurz ein bisschen hier hoch sieht ja noch alles in Ordnung aus gleich zu spum, dann erschrecke ich mich gerade dann werde ich mich erschrecken, weil ich bin noch ich bin grad übermüdet, es ist abends, weiter Abend und ich bin sehr übermüdet, ach ja brauchen wir nichts mehr hinbauen perfekt, da oben ist noch ne Spinne ach komm, die Spinne, die ist uns mal egal äh, ja gut, dann gehen wir mal wieder rein würde ich mal so sagen ja, den Pool, den bauen wir bald natürlich auch noch vernünftig weiter und so weiter und so fort ne, und so kommt alles noch und ich entschuldige mich nochmal, falls wieder Bildhänger wie in der letzten Folge im Video sind, tut mir sehr sehr leid ist halt immer dieses Bilde mit über WLAN aufnehmen und hier fehlt uns noch ein bisschen Obsidian wir müssen da noch weiterbauen und hier fehlt uns noch ne Holztreppe ich glaube, ich crafte meine Holztreppen und dann können wir hier nochmal weiterbauen haben wir noch Holz dabei Holz ne, dann sollten wir auch nochmal wieder Bäume fällen gehen demnächst ach, jetzt wird das hier wieder so heiß ich friere immer den ganzen Tag und dann nimmst es da aufnehmen dann ist das total heiß ich weiß gar nicht, wie sowas angehen kann ach komm, hier haben wir noch mehr Cobblestones drin Mensch, jetzt verbrauchen wir die ganzen Folgen hier mit Cobblestones und sowas einsortieren aber das gehört auch dazu und hier Glowstones können wir auch einsortieren und Slaps und hier genau ähm ne Glaskiste könnten wir auch machen jawohl das ist doch ne gute Idee finde ich wir müssen hier immer mit den Kisten weiter vorankommen und warte mal kurz ich gucke mal ganz kurz wieder nämlich auf 8 Minuten oder 18 Minuten ich hab keine Ahnung wahrscheinlich 8 Minuten erst Achher Jemini Achher Jemini Achher Jemini Achher Jemini so Holz äh Roh Holz ja Rohholz 2 ach man 2, 3, 4, 5 so dann kommt da jetzt äh was wollte ich da jetzt reinmachen Stone Slaps Ach ach sch- ach sch- jetzt hab ich den Dings vergessen den Strich ach so Mist doch oh sich selber will man schnell schreiben verschreibt mich verschreibt sich gleich Rohholz 2, 3, 4 5 äh was war das was war das jetzt was war das jetzt was war das jetzt was war das jetzt ach man was wollte ich jetzt in die Kiste tun Stone Slaps Stone Slaps Jemini 1, 2, 3, 4, 5 freut es hier so ein Tag wo ich vorbei bin aber ist ja nichts neues und dann würde ich mal sagen da können gleich mit die Kiste können dann gleich die Wutenslaps rein also hier haben wir Stone Slaps ne und so 1, 2, 3, 4, 5 und dann haben wir hier Wutenslaps sag mal soll ich das jetzt eigentlich schreibt mal bitte in die Kommentare ob ich das jetzt auf Englisch hierhin schreiben soll oder soll ich das wieder in Deutsch umändern schreibt es bitte mal in die Kommentare so äh was haben wir denn hier jetzt Stone Slaps die kommen hier rein das waren 14 Stück dann kommen die Wutenslaps hier rein das ist noch nicht mal fertig wir haben ja das wir müssen dann eine Doppelgäste craften und was haben wir denn jetzt noch äh noch 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 haben wir hier schon Holz in der Kiste drin ne und haben wir Rohholz hier schon drin ne schade äh dann mach ich weiter mit Cobblestones einsortieren ach das ist ja sag mal die Kiste die ist immer noch nicht voll das gibt's ja überhaupt nicht und eine Glowstone Kiste mach ich auch nochmal gleich boah Mensch wir müssen hier noch viel mehr Kisten hinbauen das müssen wir noch vergrößern das reicht lange nicht das reicht echt lange nicht hier haben wir Kies drin Kies 1,2,3,4,5 und dann haben wir hier was äh ich muss immer ein bisschen hier rumtippen man das gibt's nicht immer wenn ich die Kisten crafte vergesse ich was ich machen wollte ah ja Glowstone komm ich mach das jetzt mal auf Deutsch Leucht Stein 1,2,3,4,5 und dann kommen hier die Glowstones rein 6 Stück brillant und ich freu mich darüber sehr sowas von sehr und sowas von sehr und dann müssen wir auch noch eine Erzkiste und Sapling Kiste und alles mögliche machen boah was wir hier noch alles machen müssen und Schnickschnack Kisten und äh haben wir noch Kisten dabei ne äh ich guck mal ganz kurz wie das mit der Sonne jetzt aussieht und dann muss ich gleich nochmal gucken wie lange ich eigentlich auf es ist schon wieder Nacht geworden äh ich nehme gerade auf erst 11 Minuten und was ist das dann gibt es ja überhaupt nicht es gibt es ja überhaupt nicht und da wollte ich nicht rein nicht 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 so haben wir hier noch Holz drin ich guck mal ganz kurz wir haben hier nö aber wir haben hier noch Wundenslabs drin die ich noch in die Kiste einsortieren kann ne Glaskiste können wir auch nochmal machen äh ach Mensch was wir hier alles für ein Krimskram haben wir können jetzt aber nicht für jedes einzelne Kiste anlegen und ne Erde Kiste müssen wir auch anlegen pff jo Mensch da haben wir aber noch was zu tun hier ist auch noch Glas oh Mensch die Viecher nerven dann doch ein bisschen und ich ich beende aber gleich mal die Aufnahme weil ich bin echt übermüde ich entschuldige mich dass so wenig Minecraft im Moment kommt tut mir sehr leid hier wegen Zeit und alles und naja jetzt hast du mal Zeit und bist müde deswegen werde ich gleich die Aufnahme leider schon wieder beenden aber ich denke mal die nächste geht dann auch wieder länger und ja ich ich nehme mal noch gar nicht lange auf okay sag mal wo sind die Viecher warte mal sind die bei uns auf dem Balkon oder was ist hier los also ich will jetzt hier nicht nicht dass hier eine Spinne wieder runtergerieselt kommt sieht aber eigentlich nicht danach aus no spider ja dann weiß ich das auch nicht wo die Viecher schon wieder hin sind so hier müssen wir noch weiter bauen wir müssen das Obsidian noch holen ich würde mal sagen das machen wir dann in der nächsten Folge mal dass wir hier 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 die Ecke weiter bauen dann müssen wir noch Bäume verändern dann hier das Obsidian weiter bauen also Obsidian müssen wir noch abbauen von drüben und dann müssen wir sehen dass wir die Kisten noch weitermachen also das Kistenlager was haben wir hier noch drin Code nur gut dann würde ich mal sagen sorry dass die Folge so kurz geworden ist aber naja muss halt auch mal sein wenn du müde bist ist das leider ein bisschen blöd alles und dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und ja dann sage ich mal roll 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 dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und tschüss und bis zum nächsten Mal und ich hoffe dass ich jetzt demnächst mal wieder mehr Mannschaft aufnehmen kann und sorry nochmal dass so wenig Mannschaft im Moment kommt und kam und sowas und dann sage ich mal tschau Leute und ja ich habe nur eine kurze Folge gemacht weil ich hundemüde bin und das um 17.46 Uhr das wird ja so früh jetzt schon dunkel das gibt es ja überhaupt nicht hier würde ich mal sagen danke fürs Zuschauen und tschüss und bis zum nächsten Mal tschau Leute tschau tschau Leute 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 tschau Leute